Nächste Woche Samstag wird es ernst für die Fortuna, dann bestreitet der Drittliga-Absteiger sein erstes Spiel in der Regionalliga West und das hat es gleich mal in sich. Gegner ist die U23 des 1. FC Köln, ein Stadtderby also zum Auftakt. Bis dahin wird noch zweimal getestet, bevor es am Samstag gegen Hessen Kassel geht, wartet Fellbart auf der Bezirkssportanlage in Chorweiler. Fortuna Köln komplett in Rot mit viel Ballbesitz, aber nicht immer ballsicher. Keeper Kevin Rauhut macht seinen Fehler wieder gut. Fellbart, der Oberligist, lauert vor allem auf Fehler der Kölner, um dann zu kontern. Hassan Ölker ist das, gibt nochmal links raus. Wieder Ölker 1-0, Fellbart, der Underdog führt. 13 Minuten sind gespielt, als der Neuzugang zeigt, warum er da ist. Letztes Jahr traf er 13 Mal für die TSG Sprockhöfel in der Oberliga Westfalen. Und die Fortuna, die tut sich schwer. Hamza Salman-Torgefahr sieht anders aus. Kurz danach steht wieder Salman im Fokus. Der Neuzugang vom Bonner SC prüft das Torgestänge. Der Drittliga-Absteiger bleibt jetzt dran. Ordentliche Freistoßposition. Franco Usselak, der neue Fortuna-Kapitän. Und plötzlich geht's nach hinten los. Lars Bender kommt nicht hinterher. Robert Natschi um ein Haar mit dem 2-0. Der 22-jährige Angreifer lässt die Riesenchance liegen. Zweite Hälfte, mal wieder ein ruhender Ball für den Drittliga-Absteiger. Hamza Salman steht bereit und macht's direkt. Fellbart-Keeper Sebastian Wickel pariert stark. Und auch seine Vorderleute bleiben auf Betriebstemperatur. Natschi verpasst nur knapp nächste gute Konterchance. Fortuna-Coach Thomas Stratos wird das nicht gefallen, genauso wie das Endergebnis. Denn kurz danach ist Schluss. Drittliga-Absteiger. Fortuna Köln unterliegt dem Oberligisten Fellbart mit 0 zu 1. Wir sind super reingekommen. Es war eine super Mannschaftsleistung von uns. Und eine sehr hohe Laufbereitschaft. Und verdient kann man sagen auch. Wir hatten auch ein paar Chancen. Die haben natürlich mehr Ballbesitz gehabt. Aber im Endeffekt war das halt verdient, fand ich. Wir haben super dagegen gehalten. Super taktisch, super gestanden. Und hat sehr Spaß gemacht mit der Mannschaft zu spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KICK-TV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.